Das ist Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Sinans Woche, die Show. Ja, es ist passiert. Das vergiftete Trinkwasser hat mich leider erwischt. Meine Schlangengift-Impfung war wohl doch schon zu lange her. Ich habe mir Corona gefangen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Infektion bereits 10 Tage her und ich kann euch sagen, so richtig fit bin ich noch nicht. Der Schnelltest ist zwar wieder negativ, aber Lungen und Nebenhöhlen sind noch ganz gut in Mitleidenschaft gezogen. Ich schlafe extrem viel und bin allgemein ziemlich schlapp. Jetzt heißt es weiter schonen und vor allem geduldig sein, was das Thema Sport anbelangt. Ätzend. Nichtsdestotrotz wollte ich euch nicht zwei Wochen in Folge ohne neue Sendung vertrösten. Vielleicht wird die heutige Show ein bisschen kürzer. Wir sehen mal. Los geht's mit dem Thema Transgender und das riesengroße Fucking-Problem der öffentlichen Diskussion darum. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile in eine merkwürdige Bubble abgerutscht bin, aber meine Wahrnehmung ist, dass das Thema Transgender immer präsenter wird. Egal ob die Instagram-Kanäle von Funk, ZDF oder Tagesschau, fast täglich gibt es eine Meldung bezüglich der LGBTQIA-Plus-Bewegung. Mit diesem Begriff sind Stand Juli 2022 alle Haupt-, Rand- und Nebengruppen mit inkludiert. Besonders heiß diskutiert wird bekanntermaßen unsere verwendete Sprache. Da geht es dann zum Beispiel um das Gendern. Ihr kennt das bestimmt, meine lieben ZuschauerInnen. Aber auch der Umgang mit Trans-Personen im Sport ist ein Garant dafür, dass es in den Kommentarspalten hitzige Diskussionen gibt. Ist eine Transfrau eine echte Frau? Ist echte Frau zu sagen schon transphob? Soll eine Transfrau bei Frauenwettkämpfen teilnehmen dürfen? Ja? Nein? Nur wenn sie die Pubertät noch nicht abgeschlossen hat? Besonders hitzig wurde es dann vor kurzem als ein geplanter Vortrag bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität abgesagt werden musste, weil befürchtet wurde, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte. Thema des Vortrags wäre gewesen, dass es biologisch betrachtet nur zwei Geschlechter gibt. Alleine das Thema in einem Vortrag zu behandeln, war dann für den Arbeitskreis kritischer JuristInnen der Berliner Uni Grund genug zu einem Protest aufzurufen. Sie forderten Keine Bühne für queer- und transfeindliche Ideologien. Starke Worte, fast schon Kampfbegriffe. Kein Platz für Transfeindlichkeit. Das sehe ich auch so. Da bin ich doch dabei. Aber war denn mit diesem Vortrag tatsächlich Transfeindlichkeit zu erwarten? Um das herauszufinden, habe ich mal nachgeschaut, wer eigentlich diesen Vortrag halten sollte. Marie-Luise Vollbrecht, eine Biologie-Doktorandin, die unter dem Pseudonym Frau Summer auf Twitter unterwegs ist und von manchen der LGBTQIA-Plus-Bewegung als TERF bezeichnet wird. Was zur Hölle ist jetzt eigentlich schon wieder ein TERF? Der Begriff steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist, also eine radikale Feministin, die so radikal ist, dass sie Transfrauen wiederum ausschließt und nicht als vollwertige Frauen ansieht. Wieso sollte man das tun, fragt ihr euch? Weil manche FeministInnen sagen, dass sie nur für die Rechte von Frauen kämpfen und nicht für biologische Männer, die sich als Frau fühlen, die man dann ja als Transfrauen bezeichnen würde. Das heißt, radikale FeministInnen und Teile der LGBTQIA-Plus-Bewegung bekämpfen sich mittlerweile gegenseitig. Irgendwie haben alle Angst, dass man wieder zu kurz kommt oder einem irgendwas weggenommen wird. So ganz genau kann ich euch das gar nicht erklären, weil durch diese ganze Thematik komplett durchzusteigen und das teilweise eigene, neue Vokabular korrekt zu benutzen, ist auch eher was für Menschen mit viel zu viel Zeit und keinen Hobbys. Hinzu kommt, dass so ziemlich jeder dieser Protagonisten komplett spaßbefreit ist und ganz wichtig davon ausgeht, für das Richtige zu kämpfen. Das glauben die alle. Wobei es vor allem darum geht, zu kämpfen. Jedenfalls soll Marie-Luise Vollbrecht zum Lager der Turfs gehören, was sie selbst jetzt glaube ich auch wieder selber nicht so sieht. Ja, es ist kompliziert. In einem Interview der Frankfurter Rundschau mit Dr. Dana Mahr wurde der Fall dann auch nochmal diskutiert. Sie zeichnete kein gutes Bild von Marie-Luise Vollbrecht. Sie soll nämlich mit dem Titel ihres Vortrags bewusst provoziert haben. Und warum? Na, um die LGBTQIA-Plus-Bewegung schlecht dastehen zu lassen. Was ihr aber auch tatsächlich gelungen ist, weil die LGBTQIA-Plus-Bewegung auf jegliche Provokation immer extrem scharf und aggressiv reagiert. Und ich frage mich derweil, wenn deine Achillesferse fehlende Gelassenheit ist, dann fang doch mal an, daran zu arbeiten. Es ist doch mittlerweile bekannt, wie Social Media a la Instagram und Twitter funktionieren. Auf der einen Seite hast du Leute, die sich über alles aufregen und ständig Skandal schreien. Und auf der anderen Seite hast du Leute, die jeden provozieren wollen. Eine gefährliche Mischung. Und leider ist es ein sehr, sehr häufiger Reflex, gerade bei der LGBTQIA-Plus-Bewegung, in jedem zweiten Satz Transfeindlichkeit und Homophobie erkannt zu haben. Hier mal ein Beispiel. Der Instagram-Kanal, der Hase im Pfeffer, hat 20.000 Follower und teilt Informationen bezüglich der Trans-Community. In diesem Posting geht es darum, dass Trans-Frauen zu 100% Frauen sind und das eben auch im sportlichen Wettkampf. Ob das wirklich so ist, schauen wir uns gleich an. Analysieren wir aber erstmal einfach nur die Wortwahl. Turfs und Rechtspopulisten haben den scheinbar idealen Kampfplatz gefunden, um ihre transfeindliche Agenda anschlussfähig für den Mainstream zu machen. Doch damit dürfen sie nicht durchkommen. Zeit für ein paar Fakten. Ich fasse zusammen. Wenn du vielleicht ein bisschen skeptisch bist, ob Trans-Frauen im sportlichen Wettkampf vielleicht doch manchmal einen kleinen Vorteil gegenüber biologischen Frauen haben, dann bist du ein transfeindliches Arschloch. Und entweder eine Turf oder ein Rechtspopulist. Die zwei Optionen hast du. Vielleicht bist du auch beides, also eine rechtspopulistische Turf. Aber Zeit für ein paar Fakten. Schauen wir uns die mal an. Ja, das ist voll cool, dass ihr euch darauf geeinigt habt. Aber so funktioniert Wissenschaft und vor allem Diskurs nicht. Denn aus dieser Logik heraus könnte man auch Nazis und ihren Weisheiten nicht mehr widersprechen. Die haben sich innerhalb ihrer Bubble auch darauf geeinigt, dass Ausländer, Schwarze, Juden, Behinderte alle scheiße sind. Also ein Konsens innerhalb einer Bubble ist ein sehr, sehr schwaches Argument. Jetzt fällt dem Kanal auf, dass dieser Konsens wohl irgendwie doch gar nicht so stark ist, wie man gehofft hatte. Wie wir gleich sehen werden, ist es eben doch nicht so leicht, einfach zu sagen, jeder Mensch, der eine Frau sein will, kann auch eine Frau sein. Wer jetzt nicht ganz sicher ist, ob Transfrauen wirklich einfach so gegen Cis-Frauen im Sport antreten sollten, der ist ganz schnell transfeindlich geworden. Ohne, dass er es selber gemerkt hat. So heißt es im Posting, eben noch überzeugt, nicht transfeindlich zu sein, gerät die Haltung ins Wanken angesichts von Athletinnen wie Lia Thomas, Laurel Hubbard oder Tiffany Abreu. Die transfeindliche Erzählung, dass diese Frauen sich durch ihre Transition Vorteile erschleichen würden, ist so perfide wie berechnend. Anschließend geht es seitenweise weiter damit, dass alles sofort transfeindlich ist, wenn man auch nur ansatzweise es wagt, in Frage zu stellen, ob Transfrauen genau das Gleiche sind wie Cis-Frauen. Also Frauen, die als Frauen geboren wurden und sich auch als solche identifizieren. Wer sich jetzt fragt, was geht denn hier ab? Was ist denn da für ein Druck auf dem Kessel? Der stellt meiner Meinung nach die richtige Frage. Denn je mehr ich über diese Themen lese, je mehr Interviews, Blog-Einträge von allen Seiten ich mir angeschaut habe, desto mehr komme ich zu einem einzigen Ergebnis. Alle bekloppt. Wirklich alle. Die Zündschnur ist bei allen Beteiligten viel zu kurz. Jeder ist sofort auf 180. Weiß genau, was der andere sagen will und in welche Kategorie man ihn packen sollte. Jetzt könnte man ja sagen, wieso beschäftige ich mich damit? Ist das nicht furchtbar irrelevant? Mache ich das Thema dadurch nicht größer als es ist, indem ich in meiner Sendung darüber rede? Ja, das ist wie immer eine schwierige Entscheidung. Würden solche radikalen Inhalte wie den gerade besprochenen Post nur auf solchen Kanälen stattfinden, könnte man darüber hinwegsehen. Allerdings drängen sich diese Themen immer mehr in den Fokus, werden von ARD, ZDF, Tagesschau aufgegriffen und teilweise auch einfach nachgeplappert. Und da habe ich dann doch das Gefühl, dass das Ganze nicht völlig unkommentiert stehen bleiben kann. An dieser Stelle möchte ich es einmal nochmal für alle erklären. Ganz nüchtern, ohne viel Emotionen. Rein biologisch ist die Sache nämlich tatsächlich sehr einfach. Es gibt bei Menschen männlich und weiblich. Und das hängt einzig und allein damit zusammen, ob Eizellen oder Spermien produziert werden. Alles andere ist, was das biologische Geschlecht anbelangt, komplett egal. Fortpflanzung kann es nur geben, wenn Spermien eine Eizelle befruchten. Es reicht nicht aus, dass sich ein Mensch als Frau fühlt und der andere als Mann und die Biologie beugt sich dann diesem Wunsch. Leider nein. Reproduktion bei Menschen gibt es nur, wenn Spermien und Eizelle zusammenkommen. Und deswegen ist es biologisch auch richtig, zwischen männlich und weiblich zu unterscheiden. Alles andere wäre grob unwissenschaftlich. Jetzt könnte man vielleicht dazu neigen zu sagen, ah siehste, gibt doch nur zwei Geschlechter. Diese ganzen non-binär-Trans-Quatsch, den können wir doch jetzt einfach ignorieren. Nein, denn das ist ja nur, was da biologisch passiert. Unsere Identität ist eine komplett andere Frage. Ob du dich mit dem Rollenbild identifizierst, was deinem biologischen Geschlecht entspricht, das kannst nur du selbst beantworten. Und hier stellen wir eben fest, nicht jeder, der biologisch ein Mann ist, fühlt sich auch wie ein Mann. Eine Person, die zwar Spermien produziert, also biologisch ein Mann ist, kann sich natürlich trotzdem gesellschaftlich eher als Frau verstehen. Wieso denn nicht? Und manche Menschen fühlen sich überhaupt keiner geschlechtlichen Identität zugehörig. Dann sind sie eben non-binär. Und viel mehr gibt es zu diesem Thema eigentlich gar nicht zu sagen. Und vor allem muss man sich deswegen nicht ständig anschreien und Transfeindlichkeit vorwerfen. Wir müssen also einfach nur schauen, worüber reden wir eigentlich? Reden wir über Biologie oder reden wir über Identität? Das ist das Einzige, worum sich dieser ganze Quatsch dreht. Und da gibt es auch gar nicht mehr so viel Interpretationsspielraum. Rein biologisch ist das ziemlich binär. Entweder bist du männlich oder weiblich. Entweder produzierst du eine Eizelle oder Spermien. Davon ausgehend entwickeln sich die menschlichen Körper in eine für ihr Geschlecht typische Richtung. Und ja, jetzt wird es schon wieder etwas weniger binär. Nicht alle Männer entwickeln sich zu zwei Meter großen Muskelbergen und nicht alle Frauen werden zierliche Feen. Ausgehend von den zwei biologischen Geschlechtern, Mann und Frau, beginnt sich das dann in einem Spektrum eher so aufzuteilen. Die physisch stärksten Frauen sind sicherlich kräftiger als die physisch schwächsten Männer. Das heißt, an den extremen Rändern kommt es sicherlich zu Überschneidungen. Aber betrachtet man den Durchschnitt, dann kann man ganz nüchtern feststellen, Männer sind im Schnitt größer und stärker als Frauen. Das ist nicht transfeindlich, das ist nicht sexistisch, das ist einfach so. Diesen Fakt kann man nicht ignorieren. Frauen haben einen höheren Anteil an Fettgewebe und weniger Muskelmasse. Auch der Stoffwechsel ist bei beiden Geschlechtern unterschiedlich. Im Leistungssport erreichen Männer im Schnitt 10 bis 20 Prozent mehr körperliche Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Disziplinen. Das festzustellen ist keine Transfeindlichkeit. Gerade im Fußball hat man da bereits viel gemessen und analysiert. Frauenfußball ist nach Expertenaussage im Schnitt ein Drittel langsamer als Männerfußball. Die deutsche Frauennationalmannschaft hätte damit schon gegen ein männliches U-16-Bundesliga-Team vermutlich keine Chance. Ich weiß nicht, wie viele Beweise man eigentlich noch braucht, aber wenn man nur auf die körperliche Leistungsfähigkeit schaut, dann ist die Sache ziemlich binär. Männer und Frauen sind nicht gleich und der Leistungsunterschied ist so gravierend, dass man da auch nicht von weichen, spektralen Übergängen sprechen kann. Diese brutalen Zahlen und Fakten anzuerkennen ist nicht transfeindlich und hat auch nichts mit Rechtspopulismus zu tun. Das heißt, gerade im Leistungssport ist die Sache eben überhaupt nicht so leicht, wie sie Teile der LGBTQIA-Plus-Bewegung gerne darstellen wollen. Einfach jeder Transfrau jetzt freien Zugang zum Frauensport zu ermöglichen, das wird zu Problemen führen. Aber damit jetzt mal komplett weg von dieser unterschiedlichen Physiognomie zwischen Männern und Frauen, die nun mal real ist. Wenn wir über Identität sprechen, über Rollenbilder, darüber, was in unserer Gesellschaft als typisch männlich und was als typisch weiblich angesehen wird, dann bin ich absolut der Überzeugung, dass wir das alles bis zum Geht nicht mehr aufweichen und überwinden sollten. Lass den Mensch einfach Mensch sein. Jeder soll sich zum Beispiel kleiden können, wie er will. Jeder soll sich schminken können, wenn er das schön findet. Mir ist komplett egal, wer auf die Kinder aufpasst, wer Karriere macht und was weiß ich noch, was es für veraltete und verkrustete Strukturen gibt. Egal ob Junge oder Mädchen, jeder soll mit Puppen oder Autos spielen, wie er lustig ist. Völlig egal, ob du Spermien oder Eizellen produzierst, jeder soll Ingenieurin oder Erzieher werden. Ganz unabhängig davon, was die Gesellschaft von einem erwartet. Das ist eine Entwicklung, die ich mir wünschen würde. Das ist etwas, wo wir den Fokus draufsetzen sollten und uns fragen, wie wir das erreichen können. Dafür müssen wir aber nicht die Biologie verbiegen und uns gegenseitig anschreien. Ganz generell ist bei mir mittlerweile ein Level erreicht, an dem ich viele der Diskussionen um solche Themen einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Die Frage nach den verwendeten Pronomen ist da zum Beispiel so ein spannender Kandidat. Wollen wir uns mit Pronomen vorstellen, also was die Pronomen von allen sind? Ja, voll gerne. Okay, fang du am besten an. Ich benutze keine Pronomen oder männliche Pronomen. Also bei keine Pronomen heißt es halt einfach nur Max, also den Vornamen verwenden. Mhm. Ich benutze die männlichen Pronomen, ja, ihn. Okay. Ich benutze die weiblichen Pronomen, sie. Ich benutze alle Pronomen, finde das immer ganz cool, wenn man nicht nur sie benutzt, aber es ist okay. Was, warum mal. Bei mir auch, also Steph, mein Name, oder halt er ihn. Genau. Also männliche Pronomen. Und bevor jetzt jemand denkt, ich wolle mich hier darüber lustig machen, jein. Ich finde es tatsächlich schon ein wenig amüsant, aber nicht so im böswilligen Sinne. Für mich zeigt diese Szene, dass viele Menschen einfach nicht richtig wissen, wer sie eigentlich sind. Welche Rolle sollen und wollen sie in der Gesellschaft einnehmen? Fühle ich mich männlich, weiblich, weder noch? Das scheitert dann für manche einfach schon an der Frage, welche Pronomen fühlen sich für mich eigentlich richtig an? Was dann daran gipfelt, dass man glaubt, alles individuell für sich entscheiden zu müssen. Ich werde dieses Outfit, diese Pronomen und ich würde gerne von der Gesellschaft so gelesen werden. Ja, das ist schön für dich. Was für einen selbst furchtbar wichtig erscheint, ist für den Rest nur leider komplett egal. Und jetzt sage ich was, das mögen vielleicht viele nicht gerne hören, aber diese Frage, wer bin ich eigentlich? Naja, die muss jeder für sich selbst herausfinden. Und ob andere jetzt sie, er, ihr oder ihn sagen, das ist ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich glaube, was viele nur sehr schwer ertragen können, ist, dass sie für die Gesellschaft komplett irrelevant sind. Ja, jeder ist für sich selbst die wichtigste Person überhaupt, aber für den ganzen Rest bist du oder auch ich komplett egal. Solange es also nur um solche Sachen wie verwendete Pronomen geht, kann ich diese ganzen Schreidiskussionen nicht mehr ernst nehmen. Für mich ist entscheidend, werden Menschen, die etwas außerhalb der Norm liegen, angefeindet, bedroht, angegriffen? Wenn ja, dann müssen wir dagegen vorgehen. Dann müssen wir genau dort für mehr Sensibilität sorgen. Das schaffen wir aber nicht, indem wir krampfhaft versuchen, die Biologie zu leugnen und alles, was nicht passt, sofort mit dem Label Transfeindlichkeit, Frauenhass und Rechtspopulismus wegwischen. Ganz generell bleibe ich einfach dabei, Menschen, die keinen Humor verstehen und solche Themen nicht ganz gelassen behandeln können, den höre ich einfach nicht mehr zu. Tatsächlich bin ich gespannt, wie sich diese Themen vor allem auf den Social-Media-Kanälen der Öffentlich-Rechtlichen demnächst noch entwickeln werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch inhaltlich das eine oder andere Mal etwas genauer hinschauen wird. Wie ich bereits sagte, hat mich Corona ganz gut ausgenockt. Das heißt, eine genaue Abrechnung der Einnahmen der letzten Woche fehlt heute. Ich habe es zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Ich kann nur eins sagen, Ihr seid fantastisch. Super viele haben tatsächlich Krankengeld geschickt und die ausgefallene Woche komplett kompensiert. Nächstes Mal gibt es dann auch wieder mehr Details. Ich werde natürlich nichts unterschlagen beziehungsweise ich werde sogar noch viel, viel mehr offenlegen als jemals zuvor. Doch dazu nächstes Mal mehr. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hau mich jetzt noch mal ins Bett und sehe zu, dass ich bis zum nächsten Mal wieder richtig fit bin. Bleibt gesund und bis bald. Das war Sinans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.